Die Sendung wurde live untertitelt. 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 Ich gehe mit euch. Ich danke dir, Matteo. Und du, Bruder? Ich komme auch mit. Wir brauchen noch drei Männer. Wähl sie aus, Matteo. Wir reiten noch heute Nacht. Wir reiten noch heute Nacht. Die Sendung wurde live untertitelt. Ich muss sagen, ich bin noch nie so gastfreundlich aufgenommen worden wie bei Ihnen, Signora. Vielen Dank für das Kompliment, Don Montella. Ich würde mich freuen, wenn Sie noch lange unser Gast blieben. Oh, Signora, ich wünschte, ich könnte es. Ich werde die Tage hier bei Ihnen auf der Hasienda nicht vergessen. Aber leider muss ich weiter nach San Francisco. Wenn Sie von San Francisco zurückkommen, könnten Sie doch ein paar Tage bei uns verbringen. Gracias. Das geht leider nicht, Signor Barclay. Ich muss so schnell wie möglich zurück. Die Lage in Sonora ist momentan sehr unsicher. Wieso? Was heißt unsicher? Gefährlich. Die Revolution greift um sich. Die Bassadas-Rebellen bekommen täglich mehr Zulauf aus der Bevölkerung. Und die Regierung scheint nicht die Macht zu haben, den Aufstand zu unterdrücken. Stimmt es, dass Emilio Bassadas getötet wurde? Ja, das stimmt. Und zwar bei Caro Cebuta vor einem Jahr. Ja, aber seine Freunde machen weiter. Sie geben nicht auf. Ja, Silas? Ihre Tasche, bitte, Sir. Ach ja, gracias. So, und jetzt möchte ich Sie um einen Gefallen bitten, meine Freunde. Ach, ein hübsches Kästchen. Erwarten Sie, Signora. Ach, wunderschön. Hees, Hees, komm her. Guten Abend, Don Montea. Guten Abend, Signor Barclay. Sieh dir das an. Das muss ein Vermögen wert sein. Etwa 250.000 Dollar. Dieses Halsband ist seit drei Generationen in der Familie der Montea. Ich habe es mit auf die Reise genommen, weil in Sonora das Gerücht ging, die Rebellen wollten meine Hasienda überfallen und es stehlen. Ich möchte nun einen so kostbaren Schmuck nicht länger mit mir herumtragen als unbedingt nötig. Deshalb, meine Freunde, kam ich auf die Idee, Sie zu bitten, dieses Halsband so lange in Verwahrung zu nehmen, bis ich wieder aus San Francisco zurück bin. Sie haben... Sie haben doch einen Safe. Ja, richtig. Großartig. Dann haben wir die Gewissheit, dass es dort sicher ist. Ein verstandener Montea, wir werden es aufbewahren. Gracias, Signora. Muchas gracias. Und jetzt möchte ich mich zurückziehen. Entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss morgen in aller Frühe aufbrechen. Buenas noches. Gute Nacht. Senora. Was wollen Sie? Ich bin Miranda Bassadas. Bassadas? Und er ist mein Bruder. Sie wissen, was wir wollen, Don Montea. Wo ist das Halsband? Er hat es nicht. Bringt ihn herein! Na los! Vorwärts! Matteo, verschwende nicht deine Zeit mit diesem skrupellosen Ausbeuter. Er hat das Halsband seinen Freunden zur Aufbewahrung gegeben. Wir überfallen die Ranch und holen es uns. Nein. Doch! Das dümmste, was wir tun könnten, wäre, die Barglays zu überfallen. Das ist viel zu gefährlich. Sämtliche Ranger wären hinter uns her. Nein, wir müssen versuchen, ihn uns ohne Gewaltanwendung zu verschaffen. Die einzige Möglichkeit. Und wie machen wir das? Unser Freund wird uns helfen. Nein, ich helfe keinen Banditen. Überlegen Sie sich das gut. Buenos Dias, Senor. Guten Tag. Ich möchte zur Barclay Ranch. Ich freue mich, einen so bezaubernden Gast begrüßen zu dürfen. Ich bin Nick Barclay. Ja, richtig. Sie sind Nick. Genau so hat sie mein Onkel beschrieben. Ihr Onkel? Gestatten Sie, ich bin Miranda Monteja. Ramon Montejas Nichte. Oh, das ist doch ein merkwürdiger Zufall. Ihr Onkel war vor drei Tagen hier bei uns auf der Ranch. Ja, ich weiß. Ich habe ihn in San Francisco gesehen. Ich war dort einige Wochen und habe Freunde besucht. Und was machen Sie jetzt in Stockton? Mein Onkel schickt mich. Er fühlt sich nicht wohl. Es ist nichts Ernstes. Er möchte jetzt nur nicht unnötig reisen. Er hat mich geschickt, die Tasche zu holen, die er hier gelassen hat. Ich verstehe, aber... Er hat mir einen Brief mitgegeben, der Sie dazu ermächtigt. In Ordnung. Darf ich Sie bitte meiner Familie vorstellen? Danke. Aber ich habe wenig Zeit. Ich möchte noch den Abendzug nach San Francisco erreichen. Oh, ist aber schade. Ich habe schon lange keine so schlechte Nachricht gehört. Kommen Sie. Vorsicht. Schön aufpassen. Das ist gut. Bitte hier entlang. Da muss irgendwo ein Brief von Montea sein, vom letzten Jahr. Hier ist er. Was meinst du? Meiner Ansicht nach ist es dieselbe Handschrift. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dieses hübsche Mädchen eine Betrügerin ist. Schade, dass Sie nicht auch meine Tochter kennenlernen. Aber sie ist verreist. Sie ist bei Ihrer Freundin. Ach. So, da wären wir wieder. Wo ist das Halsband? Wir werden es Montagmorgen holen. Warum nicht gleich? Na ja, ein Halsband, das eine Viertelmillion Dollar wert ist, wollten wir nicht in unserem Haus safe aufbewahren. Wir haben es nach Stockton zur Bank gebracht. Und heute ist ja Samstag. Was hat das damit zu tun? Die Bank ist geschlossen. Bis Montagmorgen. Aber es muss doch eine Möglichkeit geben, heute noch an den... Ich fürchte, nein. Wir hätten selten so einen netten Gast. Das ist sehr freundlich, aber so lange kann ich nicht bleiben. Ich muss unbedingt den Abendzug nach San Francisco bekommen. Mein Onkel wartet auf mich. Wir schicken ihm ein Telegram. Nein, nein, so lange kann ich nicht bleiben. Ich habe doch außer diesem Kleid auch gar nichts bei mir. Audrey hat so viele Kleider, da passen Ihnen bestimmt welche. Nein, ich möchte mich nicht aufdrängen. Ich werde im Hotel wohnen. Hotel? Aber das ist doch lächerlich. Sie wohnen in Audreys Zimmer. Nick hat recht. Sie werden doch das Wochenende nicht in einem nüchternen Hotelzimmer verbringen. Und ich zeige Ihnen jetzt Audreys Zimmer. Nein, nein, spar dir die Mühe, Mutter. Ich weiß, wie sehr du es genießt, in Ruhe deinen Tee zu trinken. Ich werde Miss Montagmorgen hinaufbringen. Silas wird Ihnen ein heißes Bad zubereiten. Wenn Sie wollen, können Sie sich noch vor dem Abendessen ein wenig ausruhen. Ah, so. Nein, nein, umgekehrt, so. Ha, 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 ha. Ah, Moment, Silas. Lass mal sehen. Ja, ausgezeichnet. Ein guter Tropfen. Was? Schließlich ist die Nichte von Montella zu Gast. Eine sehr hübsche Nichte. Ja. Was riecht hier so komisch? Wieso? Ach so. Meinst du, es ist zu viel? Nein, nicht, wenn du gegen den Wind stehst. Ich gehe mal rauf und sehe nach, ob sie soweit ist. Oh, oh. Buenas noches. Buenas tardes. Ja. Hier. Signora. Wollen Sie sich nicht setzen? Ja. Senorita. Würden Sie uns die Ehre erweisen, das Tischgebet zu sprechen? Bendecir la mesa dar gracias Äh, ich, äh Nick Wir danken dir Gott für das tägliche Brot, das du uns beschert hast Wir danken dir Gott für das, das du uns beschert hast Señorita Guten Morgen Nick und ich haben gedacht, Sie gehen sicher gern mit in die Kirche In die Kirche? Nein Na gut Señora, ich würde gern heute Morgen ausreiten Ja, gut Die Reitsachen von Audrey sind hier in diesem Schrank Ich lasse ein Pferd für Sie satteln Gracias Na, kommt sie mit? Nein, sie hatte keine Lust Als ich sie fragte, war sie fast beleidigt Weißt du, wo sie heute Nacht geschlafen hat? Auf dem Fußboden Mutter, du musst dich irren Ich verstehe das nicht Vielleicht, vielleicht ist es nicht gewohnt, in so einem weichen Bett zu schlafen Wollte ein bisschen härter liegen Nein, nein, Nick, sie benimmt sich nicht wie die Nichte eines Aristokraten Hast du sie nicht gestern beim Abendessen beobachtet? Ja, ja, doch Vielleicht haben sie in Sonora etwas rauere Sitten als bei uns Wollen wir uns darüber Gedanken machen? Wir müssen gehen, es wird Zeit Mateo Hast du das Halsband? Nein Warum nicht? Die Barclays haben es in der Bank von Stockton aufbewahrt Sie können es erst am Montagmorgen holen Aber sie glauben, dass du Monteas Nichte bist Mhm Gut Gut? Ich möchte wissen, was daran gut ist Ich muss zurückreiten und diesen widerlich reichen Hass hier in Dades was vorspielen Mir wird übel bei dem Gedanken Bitte, Mutter Silas, lass bitte den Wagen wegbringen Ja, Miss Barclay Äh, Silas, ist Miss Montea schon zurück? Nein, Mr. Nick Merkwürdig, sie ist schon drei Stunden weg Es wird schon nichts passiert sein Ich zieh mich lieber um und werd mal nachsehen Weißt du, wo sie hingeritten ist? Ja, ich hab's gesehen, nach Osten Das hab ich mir gedacht Ich reite besser nicht weiter Dein Land ist wirklich wunderschön Es ist nicht mehr mein Land, Miranda Oh, Matteo Du bist ein wahrer Freund unseres Volkes Du gibst deine Heimat auf, um für Menschen zu kämpfen, die in Not sind Dafür sind wir dir dankbar Ich bewundere dich Was war's? Ich Ich habe Das war's. Oh, guten Morgen, Senorita. Das ist aber eine angenehme Überraschung. Ich dachte, Sie wären in der Kirche. Ja, aber die ist schon seit einer Stunde aus. Gut, dass wir uns getroffen haben. Ich wollte nämlich was mit Ihnen besprechen. So? Irgendwas Schlimmes? Nein, nein, alles in Ordnung. Sie wollen noch morgen mit dem Halsband zu Ihrem Onkel nach San Francisco reisen. Und das ist nicht ganz ungefährlich. Wenn der Onkel etwas schief gehen sollte... Oh, da geht ganz bestimmt nichts schief. Woher wollen Sie das so genau wissen, Senorita? Die Züge werden oft überfallen. Ich halte es für besser, wenn ich Sie begleite. Sie wollen mich begleiten? Ja, Senorita. Wir holen zusammen das Halsband in Stockton und fahren dann mit dem Zug 9.10 Uhr. Nein. Wieso nein? Ich weiß Ihr freundliches Angebot zu schätzen, aber ich möchte nicht, dass Sie durch mich Ungelegenheiten haben. Nein, nein, ich habe doch dadurch keine Ungelegenheiten. Bei mir ist sowieso ein Urlaub fällig. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wir gehen zusammen essen. Ich kenne in San Francisco ein sehr hübsches russisches Restaurant. Nein, tut mir leid, das geht nicht. Warum nicht? Weil es einfach nicht geht. Warum? Sind Sie versprochen? Versprochen? Ja, in festen Händen. Sie meinen, ob ich verlobt bin? Ja. Ja, ich bin verlobt. Oh, schade. Schade, wirklich schade. Darf ich fragen, wer der Glückliche ist? Oh, er ist ein junger Mann aus Mexiko City. Ach, aus Mexiko City? Ja. Das ist ja interessant. Einen Moment habe ich gedacht, es wäre der Amerikaner, der sich vorhin geküsst hat. Wollen wir nicht mit der Komödie aufhören? Sie sind ebenso wenig Montellas Nichte, wie ich der Kaiser von China bin. Wer sind Sie? Hier! 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 Miranda? 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 Es könnte eine leichte Gehirn ausschütteln. Ich glaube nicht, dass es etwas ernsthaftes ist. Ich werde morgen wieder nachher sehen. Vielen Dank, Doktor. Gute Nacht, Doktor. Schließ bitte ab, Nick. Ah, ist gut. Gute Nacht. Das war's. 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 Miranda! Das war's. 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 Das war's.